Ach, in dem Bett ja wohl auch noch was anderes. Wer macht was? Na, das hätte ich mir ja denken können, dass du das schon vergessen hast. Du weißt wohl gar nicht mehr, wie man das macht, was? Wie soll ich wissen, wie man was macht, wenn du nicht sagst, worüber du auch sprichst, was du überhaupt meinst? Ach so. Das habe ich wohl noch nie gemacht, hm? Noch nie, habe ich nicht gesagt, aber so gut wie nie. Und Rita? Die machen das jeden Tag. Ich habe gefragt, wie Rita wohl auf die Welt gekommen ist. Oder habe ich die geträumt? Das ist 22 Jahre her. 23 Jahre. Vor 22 ist sie ja geboren worden. Und seitdem? Ja. Seitdem bin ich meinen ehelichen Pflichten ja wohl stets nachgekommen, regelmäßig. Einmal im Jahr. Det. Was? Alright. Was? Vielen Dank.